Hallo liebe Kinder, liebe Eltern. Heute wollen wir mal draußen spielen. Dafür habe ich einen Eimer mit Kreide mitgebracht und ein Laufrad. Das habt ihr bestimmt zu Hause auch. Hallo liebe Kinder. Heute habe ich auch wieder meinen Teddy mitgebracht, weil sonst habe ich niemanden anders zum Singen für dieses schöne Lied. Und zwar das Lied vom Karussell. Ihr könnt es auch mit einem Teddy singen oder mit Mama und Papa oder euren Geschwistern. Auf der grünen Wiese steht ein Karussell. Manchmal fährt es langsam. Manchmal fährt es schnell. Anhalten, einsteigen, Türen schließen und das Karussell fliegt los. Juhu! So ihr Lieben, ich habe ja Kreide mitgemacht. Das hatte ich euch ja schon zu Anfang erzählt. Ich habe schon einen großen Kreis gemalt und da könnt ihr natürlich auch weitermalen. Aber vorher können wir auch da drin etwas sprengen. Und zwar es geht vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Kannst du das auch? Oder vielleicht so? Seitwärts und raus. Seitwärts und raus. Man kann sich auch drehen. Seitwärts und raus. Aber jetzt wird es auch Zeit, um etwas zu malen. Wir malen einen langen Strich in den Kreis. Der lange Strich, der ist zum Balancieren. Dann nehme ich die Arme an die Seite und kann über den langen Strich balancieren. Wenn du zu Hause Kreide hast, kannst du sie dafür benutzen. Einmal rückwärts. Hier muss man besonders gut aufpassen. Ich male mir schnell noch einen Strich. Einmal durch die Mitte. Und jetzt wie ein Tortenstück. Ein Tortenstück hier. Ein Tortenstück da. Auf diese Seite auch noch. Und auch hier. Jetzt probiere ich etwas Tolles aus. Ich hüpfe von einem Tortenstück zum nächsten. Das kannst du bestimmt auch. So ihr Lieben, jetzt möchte mein Teddy auch noch Laufrad fahren. Ich bin leider schon zu groß für dieses Laufrad, aber meinem Teddy, dem kann ich gut dabei helfen. Und du kannst das vielleicht auch schon ganz alleine. Ich fahre um meinen Kreis herum. Oh, ganz schnell. Oh, ganz schnell. Und ich kann sogar ein Kunststück. Ich fahre in ein Tortenstück rein und rückwärts wieder raus. Ich fahre in das nächste Tortenstück rein und rückwärts wieder raus. Und ich kann auch auf meinem Kreis fahren. Haargenau auf meinem Kreis mit meinem Laufrad. Oh, der Teddy, der freut sich schon, dass er hier so schön gefahren wird. Super. Es gibt viele Sachen, die ihr ausprobieren könnt. Malt euch eine kleine Straße oder eine Parkbucht. Und dann könnt ihr draußen Laufrad fahren und ganz viele Dinge neu entdecken. Viel Spaß dabei. Macht euch auf. 호